Kann man eigentlich auf 2000 Metern höhenkrank werden? Oder erst auf 3000? Und wie sieht es ab 4000 aus? Werde ich höhenkrank? Oder bin ich als Bergsteiger vollkommen immun? Oder du vielleicht? Und wie können wir das eigentlich wirklich herausfinden? Darum geht's heute. Heute im ersten Teil des Zweiteilers zum Thema Höhe, Akklimatisation und Höhenkrankheit möchte ich euch mal die Grundlagen zum Thema Höhenkrankheit und vielleicht auch ganz normale Reaktionen des Körpers auf andere Höhenlagen näher bringen. Im zweiten Teil, der Achtung, nicht nächste Woche kommt, sondern als Special zu einem anderen Zeitpunkt, werden wir dann ein spannendes Experiment und auch ein interessantes Gespräch mit einem Experten aus dem Bereich nochmal separat führen. Wenn ihr Fragen an einen Fachmann zum Thema Höhenmedizin, Sportmedizin und Expeditionsmedizin habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Dann landen sie ja auch vielleicht bei ihm und in einem entsprechenden nächsten Video. Kommen wir jetzt zum Thema. Wenn wir Menschen uns auf eine andere Höhe begeben, dann reagieren unser Körper immer darauf. Es gibt Menschen, die sagen, sie spüren die Höhe nicht. Trotzdem reagiert der Körper, manchmal aber eben nur in einem etwas geringeren Ausmaß. Viele glauben, dass man erst ab 6000 oder 8000 Meter wirklich höhenkrank werden kann. Das stimmt aber so nicht ganz. Denn der Körper passt sich bei jedem Meter, den wir höher steigen, minimalst an, da sich der Luftdruck und die Luftdichte mit jedem Meter auch minimal verändern. Erst ab großen Höhenunterschieden merken wir diese Differenzen aber erst wirklich. Grundsätzlich beginnt das übrigens wirklich bei 0 Metern über dem Meeresspiegel. Denn da haben wir einen Ausgangswert, was Luftdruck und Luftdichte betrifft. Dieser nimmt aber mit der steigenden Höhe ab. Man könnte laienhaft, um sich das besser vorzustellen, sagen, dass der Luftdruck tatsächlich auf die Erde drückt. Und nachdem das Volumen, also der Platz für die Luft, wenn wir die jetzt mal als eine Luft quasi beziffern, immer mehr wird, kann sich diese eine Luft aber auch immer besser verteilen. Der Druck sinkt also. Mit 100 Metern Höhe sinkt der Luftdruck etwa um 1% im Vergleich zur Meereshöhe. 2500 Meter, 25% weniger Luftdruck. 50% weniger Luftdruck bei 5000 Metern. Tatsächlich verringert sich die Absenkung des Luftdrucks über die Höhe aber dann doch wieder. Am Gipfel des Mount Everest beispielsweise sind es etwa 70% verringerter Luftdruck. Nun muss man aber sagen, dass wir Menschen ja die ganze Luft quasi einatmen und nicht nur den Sauerstoff. Aber da der Sauerstoffanteil in der Luft hoch oben sehr gering wird, wird es hier spannend. Denn ab einer gewissen Höhe sinkt mit sinkendem Luftdruck auch der Sauerstoffpartialdruck. Also der Teil des Luftdrucks, der Sauerstoff ist. Und dieser Sauerstoff, den brauchen wir recht dringend zum Überleben. Und jetzt reagiert unser Körper langsam, aber stetig wie folgt. Rote Blutkörperchen sind das Transportsystem, das Auto unseres Sauerstoffs im Körper. Jedoch kriegen die in der Lunge nicht mehr ausreichend Sauerstoff für die Autobahn. So dass der Körper nun Lungenareale, die unwesentlich zur Sauerstoffaufnahme beitragen, nicht mehr so stark versorgt. Diese Blutgefäße ziehen sich dann zusammen. Das hat zur Folge, dass unter Umständen, wenn nun nicht entsprechend reagiert wird, der Druck in den Gefäßen ansteigt und dadurch dann Flüssigkeit austritt und in die Lungenbläschen einzieht. Hier spricht man dann von Wasser in der Lunge. Besser bekannt oder medizinisch ausgedrückt handelt es sich um ein Ödem. Genauer gesagt in diesem Fall um ein Höhenlungenödem. Jetzt wissen wir mal, was das ist und auch warum das passiert. Aber spannend wäre ja jetzt noch, ob das jeden immer gleich trifft. Hier ist die Antwort Nein. Manche von uns sind sehr anfällig für das Höhenlungenödem, andere hingegen überhaupt nicht. Das hat vor allem genetische Hintergründe. Ganze Völker, wie beispielsweise die Sherpas, haben keinerlei Probleme mit extremen Höhen. Durch die jahrhundertelange Durchmischung von einzelnen Völkern kann man das aber heute bei uns aber eigentlich gar nicht mehr so pauschal feststellen. Deshalb gilt es, das einfach auszuprobieren. Doch warum ist das überhaupt bei unterschiedlichen Menschen letztlich auch unterschiedlich ausgeprägt? Das ist tatsächlich bis heute nicht zu 100% geklärt. Wissenschaftler aus Heidelberg haben vor 16 Jahren aber eine Theorie aufgestellt. Sie haben nämlich festgestellt, dass manche Menschen mehr oder auch weniger Stickoxid in den Lungen haben. Und genau das kann ganz vereinfacht gesagt dazu beitragen, dass ein Höhenlungenödem ausbleibt oder verzögert werden kann. Aber hat die Höhenkrankheit dann eigentlich wirklich nur etwas mit Glück zu tun? Dazu muss man wissen, dass die Höhenkrankheit eigentlich nicht nur ein Lungenödem ist. Sie sehr viele Symptome und auch eigene Krankheitsbilder wie eben das Höhenlungenödem oder auch das Höhenhirnödem fallen alle unter dem Pauschalbegriff Höhenkrankheit. Jetzt gibt es aber auch Symptome, die viele von uns haben, aber noch kein Alarm für die Bergrettung sind. Da ist zum Beispiel erhöhter Puls. Der macht sich am Tag ja auch bemerkbar, aber da wir uns ja anstrengen und ihn dadurch nicht wirklich zuordnen können, denken wir nicht wirklich dran. Nachts aber schlafen wir schlechter, da der Puls erhöht ist und uns somit sehr unruhig macht. Auch die Atmung kann etwas schneller sein. Der Körper zeigt damit recht klar, hey, wir haben ein Problem mit Angebot und Nachfrage. Wir hätten gerne eine bessere Sauerstoffversorgung, kriegen wir aber nicht. Deshalb schmeißen wir die Produktion der roten Blutkörperchen an, also quasi unsere Autos auf der Autobahn. Der schlechte Schlaf und die mangelnde Sauerstoffversorgung führen letztlich dazu, dass wir am nächsten Tag geschwächt sind. Wer jetzt weiter aufsteigt, der riskiert die vorher beschriebenen Krankheitsbilder. Dass das aber zu 100% passiert, das ist, wie eben vorher schon gesagt, nicht unbedingt sicher. Damit kommt aber eine neue Frage auf. Ab wann sollte man denn überhaupt etwas von der Höhenkrankheit merken? Es gibt sehr viele Studien, vor allem aus Japan, Korea und den USA, die sich mit der Frage beschäftigen, wann eigentlich der Mensch jedenfalls welche Symptome entwickelt. Antworten gibt es darauf keine, aber es ist sicher, dass die Wahrscheinlichkeit von Symptomen ab 3000 Meter drastisch ansteigt. Darunter ist die Höhenkrankheit ein sehr seltenes Phänomen, auch die milden Symptome. Ab 3000 Meter jedoch ändert sich das. Vor allen Dingen die milden Vorreiter, also schlechter Schlaf, hoher Puls, Kopfschmerzen, schnelle Atmung und Unruhe, vielleicht auch manchmal Übelkeit, sind ab 3000 Metern bei sehr vielen Menschen zu finden. Durch das Akklimatisieren, also die Gewöhnung des Körpers an den niedrigen Sauerstoffpartialdruck, wird das aber letztlich besser. Oft heißt aber nicht immer. Manche Personen spüren auch eine direkte Verschlechterung nach dem Verweilen, da sich hier bereits ein Hirn- oder ein Lungenödem gebildet hat. Hier heißt es jetzt extrem schnell zu sein. Abstieg um jeden Preis, könnte man sagen. Denn unbehandelt sterben 40% aller Menschen mit einem Hirn- oder Lungenödem in den Bergen. Der Abstieg sorgt für die Entspannung der Gefäße, einen stabileren Blutdruck und sorgt dadurch auch für den langsamen Abbau der Symptome. Das kann aber trotzdem mehrere Tage dauern. Wann sollte man also vorsichtig werden? Immer dann, wenn der Ruhepuls plötzlich weit mehr als 20% über dem eigentlichen Ruhepuls unten im Tal liegt. Das kann auf 2500 Metern sein, das kann aber auch erst ab 4500 Meter sein. Das wird eben genetisch beeinflusst. Übrigens etwas selten, aber bei großer Höhe ab 4500 Meter, trotzdem immer wieder mal der Fall, das Hirnödem. Im Prinzip ist die Mechanik dahinter die gleiche wie beim Lungenödem. Der große Unterschied ist aber, dass die Wassereinlagerungen im Gehirn und das Anschwellen des Hirns dazu führen, dass der Hirndruck steigt und man letztlich sehr schnell daran stirbt. Symptome sind hier Erbrechen, Krämpfe, drastische Pulsabfälle, Fieber, Blutdruckkrisen und sehr vieles mehr. Ganz typisch für das Hirnödem ist auch der Wahnsinn. Das ist ein sehr unmedizinischer Sammelbegriff für das Verhalten von Höhenwerksteigern mit Hirnödem. Sie verhalten sich irrational, halluzinieren, werden aggressiv, verlieren immer wieder das Bewusstsein oder haben auch starke Stimmungsschwankungen. Das alles klingt dramatisch, gefährlich, furchteinflößend und ohne das jetzt irgendwie überdramatisieren zu wollen, das ist es auch alles. Viele Menschen sterben an der Höhenkrankheit und faktisch jeder Mensch hat sie, denn jeder Mensch braucht ab einem gewissen Punkt Sauerstoff, den er dann nicht mehr kriegt. Doch was kann man denn jetzt aktiv dagegen tun? Zum einen Hüttennächtigungen. Diese sind ein gutes Hilfsmittel, um sich an die Höhe anzupassen. Gerade im Schlaf bekommt man auch ein besseres Körpergefühl. Daher sollte man sich für große Bergtun auch etwas mehr Zeit nehmen. Wer nach einer Nacht auf 3000 Metern noch Probleme hat, sollte sich vielleicht besser noch eine zweite Nacht überlegen, um die Aufstiegschancen letztlich auch zu verbessern. Gleichzeitig sollte man auch langsam unterwegs sein, denn übermäßige Anstrengung sorgt für schnellere Symptome. Rauchen und Alkoholkonsum können die Symptome verschlechtern und die Anpassung verlangsamen. Daher sollte man darauf bei Aufstiegen über längere Zeit verzichten. Außerdem sollte man pro Tag die Schlafhöhe nicht mehr als 600 Meter erhöhen. Durch diese Maßnahmen verringert man die Chance der Höhenkrankheit deutlich. Komplett ausschließen kann man sie aber nie. Das Risiko der Höhenkrankheit lässt sich nämlich nicht beeinflussen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftritt, die liegt in unseren Händen. Der wichtigste Tipp, um vor allem die sehr lästigen Symptome, die noch keinen Grund für einen Abbruch darstellen, zu verhindern oder zu mildern, ist die ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit. Der Gedanke, dass viel trinken die Flüssigkeit in der Lunge erhöhen könnte, ist ein absoluter Irrglaube. Im Gegenteil, mit viel Flüssigkeit lässt sich das Gerinnen des Blutes, was in der Höhe ebenfalls schneller auftritt, sogar besser verhindern und dadurch Symptome oder Krankheitsbilder mildern und hinauszögern. Hier kann man gerne zu 4 bis 7 Liter pro Tag greifen. Habt ihr schon mal erste Anzeichen der Höhenkrankheit gehabt? Wenn ja, dann würde mich natürlich interessieren, wie es euch gegangen ist, ob ihr schon mal unruhig auf der Hütte geschlafen habt oder in welchen Höhen ihr das schon mal gemerkt habt. Schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal.